Blau Feuerwerk! Edi begann ein hervorragender Start. Aber genau in dem Moment, als die Rakete so richtig durchstarten sollte, veröffte sie Komplett. Deshalb konnte die Herausforderung nicht als gemeistert gewehrt werden. Das ist sehr gefährlich, also mach das zu Hause bitte nicht nach. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das nimmt man dann wohl ein Wunder. Interessant. Danke fürs Zuschauen. Ich bin die Kanon. Der 12. September war das Sende-Datung dieser Mini-Nachrichten. Fuck up, young lady! Blau Feuerwerk! Blau Feuerwerk!